Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 19 seit Schließung unserer Theater. Ich sitze hier im Foyer, bin am Nähen. Keine Atemschussmasken, das überlasse ich den Profis. Nein, ich nähe gerade einen Vorhang, einen Vorhang für unser Programm. Sigurd Trust Reloaded, der neue Hintergrund unserer Zelle. Wir haben jetzt eine Holzvertefelung in unserer Zelle, wird dann später im Postdorfkeller aufgehängt. Und den Beitrag heute, den Corona-Beitrag am Tag 19 überlasse ich der Kollegin der Saskia, die viele aus unserem Programm Die Magischen Blätter oder auch SOS im Nachtexpress und vom Open Air kennen. Denn die Saskia hat uns auch ein Lied zu der Krise mitgebracht, getextet und sie hat eine ganz, ganz originelle Begleitung. Sie begleitet sich nämlich auf einer Tasse. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben! Von hier zu Hause aus werde ich jetzt gemeinsam mit der Marilyn hier im Hintergrund und meinem Instrument, und zwar diesem Becher, da ich kein anderes Instrument spielen kann, ein Liedchen für euch singen, das ich mir selber ausgedacht habe. Und ja, here we go! Seit knapp zwei Wochen sitzen wir jetzt hier fest. Uns fällt die Decke auf den Kopf. Doch auf einmal werden alle um dich herum ganz kreativ. Oh, sie wirkeln jetzt wie nie zuvor. Nie zuvor. Nie zuvor. Nie zuvor. Hoch lebe jetzt der Bastelschrank. Malen, Nachtzahlen, Makramee, Töpfern, Sticken oder Strickriesel. Zum Weihnachtsfest gibt's Hitmet-Kram. Im Supermarkt fängt dann der Wahnsinn erst an. Ich so viel, viel mehr. So viel mehr. Ach ja, und Hilfe darf nicht fehlen. All die Regale sind stets leer. Doch ums Eck gibt's noch das Weihnachtteil. Hier werde ich, finde ich, was in Glück. All deine Schränke sind jetzt ordentlich. Und endlich haben wir gebügelt. Ja, ganz fein. Deine To-Dos und Listen abgearbeitet. So wie schon lang nicht mehr. Wie nennt sich das, was hier passiert? Zeit für dich, wie du so oft hier wünschst. Gönn dir ne Pause, tu mal nichts. Die Welt hat einfach mal auf Stop gedrückt. Deshalb mach dich jetzt nicht verrückt. Mach einfach mit und bleib zu Haus. Wir zusammen. Ja, wir alle vereint. Wir werden stärker daraus gehen. Nur ein paar Wochen nach, dann treffen wir uns, reden, lachen allesamt. Dann dreht die Welt sich wieder rund. That's it!